Ich verstehe nicht, was diese Frage ist. Mein Gott! Wo sind die Scheißkinder? Evis! Unity! Ich weiß... Evis! Ich weiß nicht, wie oft ich rufen muss. Man muss rufen, 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 keine Antworten. Ich weiß nicht, wie oft. Ich verstehe nicht Corona. Meine Frau, meine beste Frau. Zu viel Arbeit! Angela Merkel, ich versteh nicht. Warum willst du alles aufmachen? Meine Kinder zu Hause nerven mich. Zu viel! Ich kann nicht mehr meine Kinder hier zu Hause sehen. Ich hab immer kaum schmerzen. Ich komm alle hier, guck den Fernseher, hier Laptop, mein Laptop. Angela, mach alles wieder auf. Ich hab keinen Bock, man, diese Kinder hier. Also meine Frau, ich liebe sie, die man gute Jollof. Ich liebe sie, die Kinder, die Kinder. Ich liebe sie, die Leute. Ich liebe sie, die Leute. Papa, ich liebe sie. Papa, ich liebe sie. Ich hab deine Fahne gekauft. Was willst du noch mehr? Jetzt bist du Barbie. Ich bin Weihnachtsmann. Wer bin ich? Denkst du sie gerne vom Ball? Hast du nicht gehört? Corona? Barbie, Barbie. Geh raus. Bra, Barbie, bra, Barbie. Bra, Barbie. Ich brauche auch Barbie. Was brauchst du? Ich brauche andere Schuhe. Nee? Ja. Geh raus. Papa, ich will ein Fußballspiel. Hm? Ein Fußballspiel. Ja, ich will ein Fußballspiel. Ja, ich will ein Fußballspiel. Ich will ein Fußballspiel. Du bist Fußballspiel. Hast du nicht gehört, was passiert ist? 250 Euro. Du gehst Fußballspiel. 250 Euro. Straf. Du bist begraubt. Nein. Ihr Kopf ist nicht okay? Ist nicht gut? Seht ihr so aus, als ob du ein bisschen bezahlen? 250 Euro? Nein. Ist eure App okay? Yes. Geh raus. Angela Merkel, bitte. 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 Mama Schule auf. Mama Schule auf. Meine Kinder, die helfen mir jeden Tag. Papa, ich will mein Kollege übernachten. Du willst mein Kollege übernachten? 80 Kilometer geht nicht. Dein Kollege ist bestimmt 200 Meter oder so. Ich weiß nicht. Kilometer, der ist weit weg. Der ist ganz, ganz weg. Mhm. Hast du dein eigenes Bett? Geil! Bkaaa Bka 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 bk Papa, ich bmerò leise ich knter. Iaim Homeschooling Oh, welche ? Homeschooling 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 Du bist zu Hause Prozentschuhling Das ist wichtig Prozentschuhling, du meinst zu Hause Sagt er Ho, ho, ho Homeschooling Was ist diese jetzt? Die Hone Walk in schooling Put in schooling Gehen wir mal raus Gehen wir mal raus Gehen wir mal raus Haaa Haaa Hey Nummer eins Die Konsument des Alte Proud Neue Barbie Bin ich Barbie Produktion? Ich denke nicht Nummer zwei Der sagt zu mir Der braucht neue Schuhe Diese Schuhe von dem guck so Nach links nach rechts Der kann nicht mal richtige Schuhe tragen Der sagt ich lasse dir neue Schuhe kaufen Und der andere Fußballspiele Sie haben gesagt Wer raus geht Strafe 2,50 Euro 2,50 Euro Mein soll wie Fußball ausgehen Der wie Fußball spielen Kann nicht Weil Strafe 2,50 Euro 2,50 Euro Geht nicht Der andere Ich habe diese noch nicht gehört Erzählen sie mir Erzählen sie mir Erzählen sie mir Hohmschooling Hohmschooling Angela was ist diese jetzt? Mein Sohn braucht neue Computer von Hohmschooling Ich kaufe ihm Neue Laptop Lastes Jahr Ich habe letztes Jahr Laptop gekauft Aber der sagt mir Diese ist keine gute Qualität Der braucht neue Vor Hohmschooling Vor Schule Diese Arbeit Nummer vier Diese Ha? Der Nummer vier Komm zu mir Und der sagt Wir wollen essen 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 Angela Angela Yo Leute was geht auf jeden Fall Ich hoffe euch hat das Video gefallen Und ja ich habe gesehen ich hatte Bock auf Neue Videos mit meinen Geschwistern Und ich dachte mir so komm ich gebe mir ein bisschen Mühe Und drehe was mit denen Ist nie leicht aber Wir haben unsere Bestes gegeben Ihr kennt ja Corona Den ganzen Stress Ich kenne das auch Mit afrikanischen Eltern Wie deren Kinder jetzt momentan sind Voll im Stress Und ich weiß wie es bei mir zuhause läuft Deswegen habe ich das gleiche gemacht So ähnlich wie bei mir Zuhause abgeht Mit meiner Mutter und meinen Geschwistern Und ja ähm Wenn ihr Bock habt Dass ich weitere Videos mit meinen Geschwistern drehe Lasst einen Daumen hoch Und lasst einen Kommentar da Und bleibt alles schön zuhause Damit die ganzen Corona Moruna Vorbeigeht Und Checkt mein Insta Snapchat Alles unten in der Beschreibung Und checkt den Kameramann auch unten Bis Bescheid Ein Horn Ein Horn Unasen 一 Nuev Demn Egon 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 Action! Nummer 4! Nummer 4 Action Gift Gift If you say action, you look Ready? Action Done